Ja moin, hier ist Marvin von den Versenkern, diesmal ohne die beiden Nervensägen. Das hat auch einen ganz besonderen Grund, denn die Versenker sind fortan nur noch solo unterwegs. Vermissen heißt, wenn dir jemand mal abhanden kommt, doch wie vermisst du jemanden? Nein, Spaß beiseite. Wir sind natürlich weiterhin zu dritt unterwegs. Und der Grund dafür, dass ich heute alleine in diesem Video stehe, ist einfach nur, dass wir bei der letzten Probe relativ wenig Zeit hatten, ein Video zu drehen. Wir haben auch nicht dran gedacht, weil wir hatten nämlich ganz besonderen Besuch. Und zwar war Marcel da. Hör doch mal auf, verdammte Scheiße! Warum Marcel da war, kann ich euch leider noch nicht sagen. Das ist noch eine kleine Überraschung. Das verschieben wir erstmal. Was ich euch aber sagen kann, ist, dass es nächste Woche Montag am 16.02. leider keins oder wenn, dann nur ein ganz kurzes Video geben wird. Grund dafür sind noch ein paar wichtige Termine, die wir wahrnehmen müssen, weil wir dieses Jahr noch ziemlich viel vorhaben und es wird auch noch ziemlich viel auf euch zukommen. Deswegen bitte ich euch einfach um euer Verständnis. Und im Anschluss gibt es noch einen kleinen Einblick unserer gemeinsamen Probe mit Marcel. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal! Vergesst auch nicht, uns bei YouTube zu abonnieren und lasst uns einen Daumen da.